Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren kleinen, kurzangespielt von holase-linuxgaming.de. Ich bin Möldrian und zeige euch heute Oldboy, aktuell vertreten im aktuellen Humble-Indie-Wandel Nummer 18. Und da ist, glaube ich, als höchsten Peak, kriegt man das im Moment, meines waren 14 oder 13 Dollar oder 14 oder 13 Euro, die man da mindestens zahlen muss, um an diese Spielchen und viele andere Spielchen dran zu kommen. Das Ganze soll aber keine Werbung sein, nein, wir schauen uns das Spiel viel eher mal an. Und dann würde ich mal sagen, wir sagen continue und zwar genau jetzt. Was ist Oldboy? Oldboy ist ein 2D-Jump'n'Run im schönsten Pixel-Retro-Grafik-Look. Man hat quasi fast, naja, sagen wir eher, so ein bisschen das Gefühl, als würde man direkt am Super Nintendo sitzen. Wir fangen erstmal neu an. So ein bisschen Intro. Ich würde sagen, wir setzen uns ein Zeitlimit von maximal einer Viertelstunde. Und dann gucken wir mal, wie weit wir hier kommen. Über die Jahrhunderte haben wir uns, haben wir lange dran gearbeitet, um uns den Respekt aufzubauen, den die Leute heute vor uns haben. Und ja, jetzt die Zeiten härter werden, musst du dir als mein Student, äh, diese Bürde des Eule-Seins auf dich nehmen. Du bist mittlerweile schon eine tolle junge Eule, Otus. Und, äh, bald wirst du da noch toller sein, quasi, sinnbildmäßig übersetzt. Du siehst ein bisschen nervös aus. Das ist ein großer Moment für dich. Du bist zwar taub, äh, stumm geboren. Ähm, aber... Mit meiner Mithilfe wirst du einer der Eck-Eck-Pfeiler dieser Gesellschaft werden. Sinnbildlich. Ähm, ich sehe schon, es gibt noch viel, was wir tun müssen, oder wo es noch zu arbeiten dran gilt. Aber, keine Sorge, das kriege ich schon hin. Sozusagen. Also wir sind hier der kleine Pümpel da, der braune, links. Und der rechts, das ist quasi unser Lehrmeister, unser Senpai. Wenn man das so sehen möchte. Nur eben für eure. Ohl-Oil-Pie? Ohl-Pie? Wie dem auch sei. Ich werde ehrlich mit dir sein, Otus. Ähm, du warst nicht so besonders gut, was deine Studien angeht. Ähm, vielleicht liegen deine, ähm... Ich dachte, vielleicht liegen deine Talente einfach woanders. Also, werden wir heute das Fliegen üben. Ich wette, du hast dich schon einige Zeit darauf gefreut. Gut, dann hören wir mal genau zu. Alles, was du brauchst, ist vom Boden abzuspringen. Und wenn du in der Mitte bist, ähm, machst du einfach, äh, breitest du deinen Flügel aus und, äh, schwingst sie. Der Eulen-Umhang, den ich dir gegeben hab, sollte sich um den Rest kümmern. So. Nun, Otus, zeig mir, was du kannst. Nun gut, du fliegst. Und jetzt bewegt dich mal so ein bisschen. Siehst du die Plattform da oben? Diese Plattform. Fliege dort hoch und versuche dort zu landen. Dann zeige ich dir ein paar echte Tricks. So, also ich spiele mit, äh, Xbox-Controller 360, also Xbox-360-Controller, und ich kann hier moven. Wenn ich zweimal schnell in eine dieselbe Richtung mich bewege, dann dash ich so ein bisschen in die Richtung. Und, äh, ja, wenn wir jetzt versuchen, da hochzukommen, hier, dann, was ist das, äh, dann, 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 verkacken wir es. Ja, so muss das sein. Und nein, soweit ich weiß, hätte man das nicht besser machen können an der Stelle. Das ist schon das zweite Mal, dass das nicht klappt. Nun, Otus, das war total beschissenes Fliegen. Sorry. Sorry, Otus. Ich muss sagen, ich bin echt so richtig enttäuscht von dir. Die meisten Studenten schaffen das auf Anhieb. Ich denke, morgen werden wir mit den normalen Studien fortfahren. Es tut mir, es bereitet mir Schmerzen, ein derart inept, schlechtes, ein derart stümperhaftes Fliegen zu betrachten. So, das ist unser Lehrmeister, ein furchtbar charismatischer Typ. Schnell, Otus, komm mit, wir müssen zurück nach Valley. Irgendwas ist da los. Das ging jetzt ein bisschen fix, sorry. Und die Leute sind da nicht so geduldig mit deiner Slugginess-Stümperhaftigkeit, wie ich es bin. Warum hast du den Wassertrug am Boden liegen lassen? Nimm ihn mit und beeil dich. So, wir gehen hier hin. Ich drücke die linke Taste. Halt, warte mal kurz. Du hast ihn nicht hergeschüttelt. Lass mich nachsehen, ob überhaupt noch was da drin ist. Leg den Jug dorthin. So, mit rechter Maustaste kann ich aimen. Will ich natürlich nicht. Ich will ihn einfach nur droppen. Drop. Everybody drop. So, ich könnte wetten, auch das kann man nur verkacken. Wie gesagt, ich will ihn nicht werfen. Ich will ihn einfach nur... Ich wusste es. Nein. Ich habe dir gesagt, du sollst ihn runterlegen. Nicht zack prügeln. Du Sack. Wie sollen wir denn jetzt Wasser zu den Dorfbewohnern bringen, hä? Mann, ey. Das werde ich nicht vergessen. Und ich werde dafür sorgen, dass alle anderen auch von deiner Inkompetenz erfahren. Hast du das verstanden? Ich kann nicht beschreiben, wie unendlich. Bis zur Unendlichkeit, der noch viel weiter enttäuscht ich von dir bin, lieber Otus. Lieber steht er nicht. Lass mich in Ruhe. Ich werde das Wasser selbst nach Velie bringen. Ja. Gehen wir erstmal weg, weil wir gepisst sind. Otus, du hast mich schon wieder enttäuscht und schon wieder und schon wieder. Du hast mich wieder enttäuscht. Ja, genau. Heute gibt es keine Lessons-Stunden. Alles, was du heute tun sollst, ist mit den anderen Leuten reden. Das kannst du, oder? Sogar für dich ist das einfach. Ach so, das ist diese Traumsequenz, ja. Toll. So, dann slaggen wir hier mal so ein bisschen rum. Das Intro ist ein bisschen, dauert ein bisschen länger, aber... Das macht nichts. Linke Taste. Talk. Die Wahrheit über dich? Bist du sicher, dass du das wissen willst? Intro dauert ein bisschen länger, aber dafür lernt man halt auch die Steuerung. Und kann sich hier den ganzen Effekt und sowas schon mal eingucken. Das ist ja echt nicht schlecht gemacht. Also ich finde es wunderschön. Willst du die Wahrheit wissen? Du Tauber! Du bist ja eh nicht... Selbst wenn du sie wüsstest, du könntest sie ja eh niemandem sagen. So. Also wir werden hier langsam sogar instant depressing. Plötzlich haben wir oben eine Health Bar. Wie das? Health? Health Bar? Aber das macht gar nichts, denn dir... Warum bist du so nervös, Otus? Was ist los mit dir? Natürlich hast du jeden Grund, nervös zu sein. du bist der Geist. Die Geist hat dich nicht. Ich werde nebenher mal, Schleichwerbung, ein Brausebonbon essen. Ja, Brausebonbon. Die allgegenwärtige Marke in Deutschland. Da kennst du nicht. Die Firma Brausebonbon. Von Brausebonbon-Hersteller GmbH. ja unglaublich lecker war bestimmt nicht gesund autos hat er gesagt naja endlich aufgewacht endlich wach bist du joda gelernt du hast läuft wir sind zu spät gut dass ich hergekommen um mich aufzuwecken oder du hättest noch eine weitere stunde geschlafen steig sofort aus dem bett heraus und triff mich draußen also das sind wir mittlerweile vollständig steuerbar wir legen uns erst mal aufs maul dann nehmen wir das heiße wasser und bringen können es man sehe oben links in den balken wird voller wo sind wir denn zeitlich acht minuten schon ab scheiße mache ich vielleicht auch 20 will auch noch was zeigen so action gameplay und so jetzt sehen wir erstmal das schöne valley valley ist eine konstellation aus fliegenden inseln wie es scheint und sieht unglaublich gut aus autos trifft ihr jetzt nicht ab und komm hier hoch obo autos trödel nicht rum ich muss mit dir reden komm und land neben mir jetzt sehr gut da bin ich wohl doch zeit autos wir werden heute valley bewachen oder auf valley aufpassen was auch immer es wurden piraten gesehen in letzter zeit du weißt wie es ist wenn du irgendwas komisches siehst dann berichte es mir wurde den wachen hast du irgendwelche fragen dann leg mal los junge wiedersehen er sieht ein bisschen peinlich aus mit flügeln ich wirke cooler also jetzt geht es nämlich richtig los als autos kann man eine ganze menge tun zum beispiel die sachen aus dem boden ziehen aber auch die botanik zerstören das ist natürlich nicht spielinhalt sondern einfach nur ein bisschen spiel kennenlernen am anfang und ein bisschen nahrung essen also die ganzen einblendungen was man machen kann die kommen natürlich später nicht mehr das jetzt nur so zum kennenlernen und ja das was ich gerade mache dieses dashen das ist mit kreistasse das war jetzt noch nicht im tutorial drin aber ich kann es halt nun mal so hier ist ein schönes schild nach oben geht es zum valley plaza und unten ist mein haus schön dass es auf dem schild steht kann sich uns keiner verlaufen also unsere erste aufgabe ist der das gesehen da was ist das wo ist es hin jetzt auch gesehen oder ein dunkler schatten der von zweck zu springen scheint wo ist er hin wo ist er hin durch die durch das ring durch fliegen und durch das aufsammeln von münzen kriegt man wie gesehen so ein bisschen geld und da kann man sich später krasse sachen mitkaufen oder so eine bekloppte ohne es spoilern zu wollen aber ich denke mal hey kompel ihr wisst auch dass wenn man geld hat dann kann man sich da wirklich was kommt das naheliegend oder das war kein spoiler das war nur hinweis so dieser lustige genosse dort mit dem unterhalte ich mir mal dort na alter hast du heute wache hast du bock später was anzustellen oder was otos und gd das unaufhaltsame team vielleicht sollten wir heute mal nach advent gehen sag mal bescheid wenn du fertig bist für den tag heute ich mache die kanon hier noch fertig und dann bin ich bereit für alles als klärchen komm ich grinse also ich bin auch echt happy ist mein voll bester freund so noch mal anquatschen nebenher scheint irgendwie so ein problem bärchen hier rumzulaufen wenn du den den kleinen schlingel findest du sagst mir bescheid rotus und gatti bewahrer des friedens ich denke ich mir gefällt besser wie das klingt als das vorherige so noch einmal gut ich kann es nicht doch ich kann nicht abwarten bis wir in advent sind ich sollte mir absolut meine neue blaster bis wir kaufen ich lasse dich wissen soweit ich fertig bin okay so ich werde jetzt mal ohne weil ich euch nicht zu sehr spoilern will weil ich auch noch ein bisschen action haben will weil ich jetzt mal direkt zu dem nächsten kontrollpunkt quasi fliehen und da mal den geschichtsverlauf weiter voranbringen wie du sehen kannst asio ist der bildschirm die zählt der maschine also mein lehrer heißt asio es wird dir eine karte dagegen zeigen diese in echtzeit generiert wird das bisher meine größte errungenschaft das verstehe ich nicht wir haben karten die eulen halten die karten aktuell sei nicht so asio die inseln fliegen immer durcheinander und es gibt nicht mehr so viele eulen das ist die zukunft hier achtung bahnbrechende technologie bei der arbeit klick und läuft genauso gut wie ein windows update ich bin nicht beeindruckt verdammt es hat super gearbeitet bevor du hier aufgetaucht bist irgendwas muss warum ist dein student oder dein schüler in meinem büro asio an hier das ist eine aussage dein schüler ist in meinem ständen asio otus was machst du hier hast du mir mal in ruhe asio ist ja in ordnung solange hier nichts kaputt macht schon wieder häng hier nicht zu lange ab geh raus und schau nach dem piraten ich will irgendwas kaputt machen kann ich etwas kaputt machen kann ich ja runter das geht auch noch nicht na gut dann gehe ich wieder wiedersehen also hier das war eigentlich nur so ein kleiner trigger jetzt soll ich irgendwie wenn ich mich da mit anderen leuten behalten weil diese lustige schwarze schämen den wir eben gesehen ganz böse mal gucken wir dürfen hier nicht raus gibt es eigentlich problemmacher unten in der stadt otus du siehst schon gerne aus in der tat ich das ist so ein bisschen kleines manko an dem spiel dass man oftmals sachen mitnimmt wenn man sich mit leuten unterhalten will und dass man irgendwo reingeht wenn man sich mit leuten unterhalten will und so weiter versteht schon oh hi otos hast du heute dienst ich habe gehört es gibt irgendwie ein problemmacher die hier rumlaufen so ich hoffe es ist kein pirat ich habe zu viele horror-storys über piraten gehört es gibt sogar gerüchte wie können ihre schiffe nur luft bleiben wenn sie derartige piraten sind komisch aber wir sind hier sicher ein valley nur spiel nicht so viel herum ja otos also macht eine pflicht quasi wir werden so lange es wird so lange alles in ordnung sein solange du die konzentriert bleibt deswegen kriegst du jetzt erst mal von mir hier so ein bällchen ach ja hier komme ich noch nicht durch so drehen wir noch mal mit dem bongo mann hallo bongo mann bongo mann rede mit mir hallo kleiner otos schaust du nach piraten ich denke ich habe welche gesehen genau er sagt nämlich jetzt mich hin muss ja ich habe die im westen gesehen haben auf dem aussichtspunkt schaust dir mal an da komme ich aber nicht weiter also gibt es hier noch eine außerdem gibt es hier noch ein problemmacher troublemaker im village das bist du bist doch nicht du oder jemand klaut meine bongos also man muss dabei sagen das hätte ich vielleicht schon vorher so sagen können ich hätte gern demonstriert aber otos ist ziemlich wehrlos alleine aber dazu kommen wir gleich erst mal eine kleine cutscene in game cutscene bam alter buch hat er gesagt ha 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 hey du hast ihn voll erwischt fipp ja bonachi schätze er kann wohl doch fliegen maan du bist so eine erschreckungskatze otos keine ahnung angsthase otos eulen müssen doch hart im nehmen und furchtlos sein schon 17 minuten in game bist du dir sicher dass du erlaubt sein solltest hier wache zu schieben denkt nicht jeder dass du ein idiot bist ich meine bist du überhaupt eine echte eule ihn fragen zu stellen ist völlig sinnlos er kann er nicht mehr antworten ja er ist ja taub stumm warum sag ich immer taub stumm blöder otos also das sind die kompetenzbolzen hier vor ort so jetzt lass mal bitte den otos in ruhe hat er so nicht gesagt aber und seht mal zu dass ihr wieder hier rumpatrouilliert oder ich erzähle jetzt tricks da ist unser homie unser guter homie kümmere dich nehmen sie otos die sind nur kindisch hey warum komme ich nicht in die mitte mit ich kann dir doch bei der wache helfen wir zeigen es denen nehme ich einfach mit und los geht's ich habe jetzt einen sidekick und das ist nämlich ich habe seinen namen vergessen geddy heißt er genau das ist mein bester freund er trägt einen blaster und er ist in den meisten kampfsituationen ziemlich effektiv aber nicht gegen soliden stein oder stahl so geddy dann kommen wir ja dann grab ich dich mal und dann kann ich jetzt hier mit geddy durch die fliegen fliegen ich kann auch das hier machen der geddy der kleine kerl hahaha sei doch mal vorsichtig wo du mich absetzt otos das sind echte freunde die selbst mordversuche nicht großartig ist schon ok so und hier können wir mit ihm entweder so rumfliegen und in die richtung schießen indem wir fliegen oder man benutzt den rechten trigger oder eben die maus und kann damit zielen so ein bisschen so ein bisschen auto aiming wenn man den träger benutzt am gamepad weil dann werden gegner automatisch anvisiert so das dazu das schild wird immer anvisiert wenn ich in die richtung gehen aber ich habe eine bestimmte reichweite so und weiter geht's so jetzt würde ich trotzdem gerne mal campen beziehungsweise irgendwann kommt noch eine cutscene äh 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 was ist los solos bist du heute auf piratenpatrouille oder äh wirst du wieder weg laufen wenn du irgendwas siehst haaa schau dir diesen typ an er kann nicht mehr auf seinen füßen bleiben ja schon wieder ist nämlich krass dass die eulen Angst vor geddy haben ne bist du in Ordnung Mann Oh, ja Danke Du bist einer von Strix Studenten, oder? Schülern Ich hab dich hier noch nie gesehen Äh, ja Bonacci und Fib sind meine Klassenkameraden Wir sind Großartige Kumpel Dein Name ist Solus Pass auf Sie hatten hier den Kumpel hier neben mir Den Otus, den hatten sie eben auch in der Mangel Und wenn sie dir Irgendeine Probleme bereiten Dann musst du uns das nur sagen Und dann gibt's hier gleich ein Clan-War Danke Jungs Das ist ein Rapper Der stottert nicht, der rappt Sie haben aber recht Ich bin wirklich ein Angsthase Und Sag doch sowas nicht, Mann Über dich selbst Das geht nicht Hör mal zu, warum wir nicht Oder um sinnbildlich zu übersetzen Irgendjemand Hilfe Mandoline Da ist er, der Böse Oh Er ist ins Gesicht gesprungen Wir fürchten uns Oh nein, es ist der Troublemaker Das ist ja jetzt nur noch Troublemaker Problemmacher klingt Quacke Quick-Solos Ruf Hilfe Ich und Otus Werden ihn verfolgen Oh, äh, äh, äh Okay Otus, nehm ich mit Und dann los geht's Alles klar, Baby Und jetzt wird's nämlich hier Jetzt kommt die Action Komm her, du Sack Ich schieß auf dich Jaa, ich verfolge dich Jaa, voll durchgesplatscht Ich bin ein Mordschütze So, hier geht's jetzt rein Und dann gucken wir mal Das soll zumindest mal Zwei, drei, vier, fünf Gegner kaputt kriegen Und dann reicht das eigentlich Auch schon zum Intro Würde ich sagen Loco, äh, Oh, Locus Scheiße Otus, schau Der Troublemaker Los, wir fangen ihn Zack Er meint hier, er wäre voll aus Brain So ein spinnenartiges Ding Nehmen wir den Kollegen hier wieder mit Und lassen den mal hier Mit seinem geilen Blaster Ammo laufen Komm her, du Zack Der erste Ingame-Gegner Ein wunderschönes Tier Was aber gegen unseren Blaster Überhaupt keine Chance hat Und da kann ich euch direkt mal was zeigen Wir droppen ihn mal Und da oben sind nämlich noch zwei Und jetzt will ich euch mal zeigen Wie Otus drauf ist Ohne seine Kumpels Die übrigens nichts tun Wenn sie irgendwo rumstehen So Ich kann zwar die wegdonnern Dann sind die kurz gestunnt Aber ich verspreche euch Ich kriege die nicht kaputt Also ich brauche ihn Ich brauche meinen Sidekick Sonst bin ich komplett aufgeschmissen Und wer das Spiel spielt Wird in viele Situationen geraten In der es aus welchen Gründen auch immer Notwendig oder vom Spiel vorgegeben ist Dass man gerade keinen Sidekick hat Wo es quasi darum geht Irgendwie rumzuschleichen Oder irgendwie anders Unauffällig zu sein In der Hoffnung Dass Gegner einen gar nicht erst sehen Und man quasi dann In dem Moment Einen Kampf aus dem Weg gehen kann Er hat sich ja hinter der Wand versteckt Wie der Boss der ist Aber wir sind ja gar nicht so doof Wir können auch einfach Das Türchen wieder aufmachen Rattert der Zong Ich gucke auf die Uhr Es sind 24 Minuten Zwei, drei Minuten gehen noch Auch wenn Das dann wieder kein Kurz Angespielt wird Das ist eine neue Gegnerart Hallo Der uns jetzt gesehen hat Und anfängt Steine nach uns zu schmeißen Dieser Mist Sack Man könnte Warum können wir nicht einfach Freunde sein Ja Was Was Ne Ich meine Mal ganz im Ernst Was fällt uns davon ab Ich kann auch übrigens ihn hier wegschmeißen Das ist auch immer ganz nett So Warum auch immer Das geht Oder was auch geht Ist das hier Das ist nicht Das ist nicht wirklich nett Aber es ist am Anfang zumindest kurzzeitig lustig Sobald ich Also Wie ich es bisher mitbekommen habe Macht das überhaupt nichts Ich weiß nicht Vielleicht kriegt man irgendwann ein Achievement Wenn man ihn x-mal gegen die Wand geworfen hat Oder so Keine Ahnung Super Tut mir leid Kumpel Keine Absicht Natürlich nicht Da unten wäre jetzt Nervennahrung Falls wir Schaden genommen hätten Pro wie ich bin Habe ich natürlich noch keinen Schaden genommen Ganz unauffällig Kommt da unten ein Stein raus Während da oben eine Barrikade ist Die er mit seinem Blaster nicht aufbekommt Wir erinnern uns Gegen Stein ist ein Blaster machtlos Also Was bleibt uns übrig Wir können natürlich auch erstmal probieren Ich glaube das mache ich erstmal Ob ich nicht einfach ihn nehmen kann Nein Scheinbar nicht Okay Komm her Und dann Aim Hold Zack Dann gibt das auch nach Und er sucht weiter das Weite Und macht hier einen auf Indiana Jones Tschüssi Kowski Okay liebe Leute Viel mehr will ich euch an der Stelle eigentlich auch gar nicht zeigen Oder ich sag mal spoilern Denn das ganze ist ja ein Storytelling Game Ein 2D-Javan-Storytelling Game Ihr werdet So weit So viel kann ich noch sagen Noch weitere Charaktere Kennenlernen Ihr werdet verschiedene Orte Bereisen Und Ja Ihr werdet eine interessante Geschichte kennenlernen Die ich selbst noch gar nicht in Gänze kenne Weil ich das Spiel erst seit zwei Tagen besitze Ähm Was es mit dem eulen Volk auf sich hat Welche Mythen sich darum ranken Ob wirklich noch Piraten auftauchen Und was es hier mit diesem Troublemaker auf sich hat Etc Weh das Alles Und noch ein bisschen mehr Wird euch erwarten Wenn ihr sagt Oldboy ist ein Spiel Das ich gerne besitzen möchte Und an der Stelle sage ich Tschüss Mit diesem Gar hoffnungsvollen Cliffhanger Der da heißt Otus Niemand weiß was passiert ist Und freue mich Dass ihr eingeschaltet habt Ich weiß übrigens nicht Wie das Spielespiel Im Original alleine kostet Ich meine Im Hinterkopf zu haben Zwischen 20 und 30 Euro Deswegen war ich da So ein bisschen hinterher Als es hieß Im Humble Bundle Wäre das gerade Vielleicht Erreicht euch diese Information Ja noch zeitlich In einem Entsprechenden Rahmen Falls nicht Ja Hättet ihr halt den Holase Newsfeed Verfolgen müssen Denn dort haben wir auch Über das Humble Bundle berichtet Wenn auch nur als Quick Use Und ja Dann hättet ihr auch Das Ding auf dem Schirm gehabt Naja Wie dem auch sei Besucht uns Schaut mal rein Lasst mir einen Kommentar Macht irgendwas Was mit dem Internet zu tun hat Und am besten auch mit uns Und falls ihr auf das Ganze Keine Lust habt Ist das auch in Ordnung Ich wünsche euch weiterhin Viel Spaß beim Spielen Natürlich unter Linux Und mal sieht Schreibt Spricht Und spielt sich Macht das gut Haut rein Und tschüss Und Schreibt es Schreibt es Schreibt es